Wenn Sie junge Spieler wollen, dann haben Sie einen ganz speziellen Zugang zu denen. Wie machen Sie das? Sie führen ja dann Gespräche und... Ja, einen speziellen Zugang. Ich frage Ihnen ganz einfach, ob wir ein dickeres Bankkonto wichtiger sind als Einsatzminuten. Und die Einsatzminuten sind wesentlich mehr wert, wenn man es dann in Summe auferdiert, wie vielleicht der eine oder andere Hunderter oder Tausender mehr in der Bundesliga als irgendwo reserviert. Und da ist es eigentlich immer und wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen mit den jungen Spielern, weil sie natürlich schätzen, wir sind ein kleiner Verein, haben jetzt nicht dieses Mörderbudget, aber wir können mit Einsatzminuten zahlen.